Das nächste, das war jetzt schon ein Witz, ist von Jimmy Johnson, alias James P. Johnson, ein Pianist und der hat es entweder nach einer Stadt oder nach einem Modetanz genannt oder der Modetanz wurde nach dem Lied benannt, das wissen wir noch nicht genau. Das hat auch ein ganz schönes Tempo. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.